Ein neues Zugabenteuer steht an und zwar geht es heute mit dem Direktzug von Frankfurt bis nach Mailand in 7,5 Stunden durch die Schweiz. Und ihr kommt jetzt mit. So sieht es da also aus. Ich suche jetzt erstmal meinen Waggon. Das ist der Waggon Nr. 5 und dann kann es losgehen. Wie ihr sehen könnt, der Zug wird von der Schweizer Bahngesellschaft betrieben. Die Plätze sind, würde ich mal sagen, recht schmal bemessen und gucken, wie das wird die nächsten 7,5 Stunden. So. 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 Bis zum nächsten Mal.